Na dann, let's go! So und unser Plan war von gestern, dass wir in die Unterstadt gehen. Weil ich jetzt nicht weiß, wo wir sonst noch irgendwie spontan sinnvoll weiterkommen. Also dass wir das Haus ja nicht angeguckt haben anscheinend. Deswegen würde ich immer sagen, wir gehen mal. Wir sind noch schön inspiriert. Wir haben noch ein paar leichte Fingensbums. Oh, hallo. Wir haben doch eine Genehmigung. Moment. Ach so, das ist Ellen, hallo. Übrigens, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Baldurs Gate 3. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Wir sind da, wo wir jetzt aufgehört haben. Ich bin nur die Stadt runtergelaufen und rede jetzt gerade mit Feuerellen. Die, mit der wir sowohl reden sollen, wenn wir in die Stadt wollen. Die steht direkt vor der Brücke. Der Zugbrücke, die hochgezogen ist, nach Würmfels. Und die hat uns gerade gesagt, geht nicht. Geschlossen. Blöd. Ich wurde zur Ordeninität eingeladen. Ermittlerin Valeria braucht mich in der Unterstadt und treibt sich an Serienmittel herum. Wie ärgerlich. Und wenn ich die Waisenkasse flammende Faust etwas... Ich bin nur... Ich bin die neue Okkultistin... Okkultistin? Ich weiß nicht, was er für dich braucht, wenn er diese verdammten Stilböcke hat. Was? Unprecheidende Zeiten und all das. Geh durch. Du willst die letzte Tür auf der Seite. Höchst die Gäste! Spezielle Permission! Wuhu! Reingetäuscht. Nice. Felsenfestes Alibi. Ben ist inspiriert. Awesome. Hat direkt links P gegeben. Die Täuschung. Weil wir ja so ein Täuscher sind. Ähm... Wirst du jetzt nicht laufen dürfen hier hin? Über die Wurmbrücke. 400 XP. Halt! Wir wissen nicht, wie du die Entfernung hast. Aber dein Trespass wird nicht verpflichtet. Lord Gortash hat dich erwartet. Oh, dammit! Oh, fuck! Äh... Es war mir eine Freude euch zu treffen. Könnt ihr von Angesicht zu Angesicht sprechen? Ich werde euch finden. Ich werde euch töten. Diese Stadt wird niemals eure sein. Ja, die... Ja, ja. Die... 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 Ja, die... da will ich eigentlich nicht hin! Außem soll ich doch die erste Tür zur... 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 Zurechn nehmen, oder? Also wenn ich hier hinlaube Hallo Wo bin ich denn jetzt hier? In Würmfels einfach Was geht denn bei euch ab? Okay, warum? Danke Okay Wer ist denn Stahlwächter? Wer seid ihr denn? Hallihallo Das ist die Armourie Nicht ein blöde öblicher Haus Füße nur Die hab ich dir gar nicht geredet Möcht mich euch handeln Schon ein bisschen Darf ich auch bei euch was verkaufen? Damit ihr mehr habt Fürst Guido sagt mir, ich soll mit euch über meine Anforderungen sprechen, seid ihr nicht informiert Du 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 duu Du 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 duu Natürlich habe ich das nicht gemacht. Du solltest mehr von diesen mechanischen Mönstrositäten zu mir sagen. Ich glaube, du kannst mal schauen. Aber schnell! wäre... Leichte Rüstung, Moment. Leichte Rüstung? Auf 14er? Ne, da. Das ist die beschlagene Rüstung, die wir jetzt auch haben. Das ist glaube ich auf dem ähnlichen Niveau wie das, was er schon hat. Ne, er hat eine Leichtrüstung mit 12. Hat Heimlichkeit plus 1. Aber da würde ich ja fast sagen, da lohnt sich schon mal nen Upgrade. Also bin ich ehrlich, da lohnt sich schon nen Upgrade. Zwei Rüstungsklasse mehr. Schwere Rüstung. Kettenpanzer plus 2. Leider jetzt weniger Heapschaden. Das ist... Rüstung ist einfach auf 16 hier und Kettenpanzer und Schwererrüstung halt auf 18. Das sind aber zwei Rüstungsklassen jetzt sogar. Moment mal, what? Das sind zwei Rüstungsklassen, die jetzt dann hochgehen würde. Also Quatsch mit Schwererrüstung ist natürlich nicht geübt, das wäre bei ihr. Schwererrüstung. Und da hat sie schon 19. Der Schienenplatten, Plattenpanzerung. Ja. Leichtrüstung 13. Du hast einen Bonus plus 1 auf Heimlichkeitswürfe. Du hast einen Bonus plus 1 auf Geschicklichkeitswürfe und Geschicklichkeitswürfe. Das wäre halt höchstens was für dich. Heimlichkeitswürfe. Ist das nicht das gleiche wie Heimlichkeit plus 1? Fellrüstung, Lederrüstung, Kriterrüstung, Schwererrüstung, Rüstungsklasse 19. Ja, das ist auch entsprechend viel Defense hat. Halbschattenrüstung. Badische Inspiration brauchen wir auch nicht. Das ist vielleicht was anderes. Vollschaden, Hitze, Schattenklinge. Etwas mindestens für einen kritischen Treffer. Aber in Auge weniger. Das wäre vielleicht was, was wir schon nehmen wollen würden. Ein Schattengehört benutzen wir sowieso nicht. Dann müssten wir die Kotte mal austauschen. Pfeil des Eises. So, tauschen. Bleib scharf, Stranger. In diesen Zeiten können wir alles in unseren Händen vertrauen. Dankeschön, Frau Faust. Alles hat seinen Preis. Nochmal XP. Also, da haben wir jetzt ordentlich Inspiration abgeholt. So, du holst dir das. Und wo war jetzt die? Hier. Ein einfacherer Crit. Ich weiß nicht. Diese Dinge haben interessant gehalten. Alles wir können tun. Wir müssen ihn nur mal irgendwie dunkel einfärben, glaube ich, sonst sieht das komisch aus. Moment, warum... Aber nur bei Dialogenausblenden angehackt ist deswegen. Ich habe viel auf meinem Geist und... ...ja, in es... ... ich kann es nicht verlassen. Ich glaube, ich will meinen auch mal bei Dialogen ausblenden. Ich will meinen auch mal bei Dialogen ausblenden. Es ist kein Zeitpunkt, zu sprechen. Ich habe Klienten, die zu berichten, und sie sind so scharf als Spöne. Oh, oh. Das ist ja eine geile Ansage. So scharf wie ein Löffel. Ich sage nichts zu niemandem, bis ich meine Trial hatte. Okay, hier ist gleichzeitig irgendwie... ...Gericht. Oh, lass es raus. Ich habe... Ich habe eine Trial gekommen. Und ich muss meine Länge erinnern. Okay, sind wir irgendwie gleich zu dem Gerichtssaal gelandet. Oh, dear. Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Alles, was wir können tun... Die Flamingfist stehen nicht für Probleme. Also bleib aus, ja? Richtig. Krieg ich hin. Huch. Und runter gehen. Gefängnis. Da pennt jemand. Well, hello. Auf der Lund. Move unseen. Gefängnige, die im Namen des Volkes und Baldusturm geklagt werden entlassen. Ehrenwerten Fürsten Everend Goddard. Ohne meine Ausdruckerlaubnis dürfen keine Gefangenen aus ihren Zeit- oder Würmfels entlassen werden. Ein jeder Gefangener ist als Spion der Absurdisten anzusehen, bis er mir unwillig im Beweis des Gegenteils vorgelegt hat. Baldusturm muss geschützt werden. Anklage Exhibitionismus. Betrunkenheiten erregend öffentlichen Ärgernisses. Wieder einmal verhaftet. Dann Floric. Hofverrat. Volkswirtschaftsanschliffung zu Unruhen. Beraterin Floric. Beraterin Floric wird tief in der Festung Würmfest gefangen gehalten. Dort werden wir sie finden. Aber wir sind ja jetzt niemand der so richtig schleicht. Wir sind ja nicht. Mal ehrlich. Du solltest meinen Schritt machen. Bereit. Ist das Blut? Nein, nicht mehr. Deswegen laufen wir einfach mal hier hin. Lass uns schnell sein. Da die E-Pen. Da ist ein milder Blas in hier. Ein kleines Syvenier. Der Leid für. Was zu tun? Guten Tag. Wir speichern mal lieber. Wenn hier halt eine Wache pennen, ist ja nicht unser Problem. Wir machen hier wieder zu. So. Hallo. Ich bin hier reingelassen, Boden. Ich bin hier reingelassen, Boden. Okay. Spannend. Hm. Ist das Tario? Wenn hier niemand ist? Was? Easy. Lass du. Knack mal das Schlössle. Sehr schön. Danke. Wie kommen wir denn hier so hin? Bestes bin ich auf meinem Weg. Endlos hier die Tür zu machen. Äpfel. Oh. Holztruhe. Purpurwurmgift. Warum ist denn hier so viel Gift drin? Wer braucht denn hier so viel Gift? Holzkoffer. Ne, da ist wieder nichts drin. Nichts Spannendes. Hm. Na gut. Gehen wir da raus. Ah, die Zwiebeln können wir noch mitnehmen. Du 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 du. Du 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 du. Du du du. Servus Leute. Will ich mit euch reden? Ich probiere es einfach mal. Okay, ihr ignoriert uns. Das hört sich okay an. Das hört sich okay an für mich. Bin ich ehrlich. Na gut. Spannend. Gute Wache. Finde ich super. Da ist ein Skelett drin. Okay. Solltet ihr nicht die Skelette aus eurem Gefängnis rausnehmen? Er ist nicht smart. Hallo. Beraterin Floric. Wieso? Es ist vorbei. Du hast euch zugestoßen. Hm. Ravengarde braucht euch erbärmlich und holt euch da raus, damit euch eure Vernunft einprügeln kann. Ich holt euch daraus, mich eure Vernunft einprügeln kann. Let's go. Oh, der hat dasselbe getan. Hm. Wenn die Menschen ein Miracle brauchen, er sagte, du kannst nicht warten, um die Gäste zu antworten. Ich habe fast vergesst. Keine mehr zu schlucken. Ich weiß, was du tun hast. Okay, das ist schon mal so. Ich habe meine Zelle. Es hat mich aus dem Worms Rock. Ich habe meine Connections. Das könnte schwierig werden. Okay, ich richte schon irgendwie auf. Okay, jetzt sollen wir einfach während hier Leute rumlaufen, die Zelle aufsperren? Das hört sich schwierig an. Was ist denn mit dir schiefgelaufen? Was wollt ihr denn? Bestimmt nicht wegen eurer liebenswürdigen Art. Beweisdroh, Ausrüstungsdroh. Das könnte es hier hinten einen Ausgang geben. Oder könnte man sich den Ausgang freisprengen. Hallo. Geh eine Blase nahe. Es sollte einfach sein. ein schlafsack keine beweise keine ausrüstung ist sowohl meine meine eigenen sachen mal drin werden ein bisschen schneller bevor der typ wieder reingerannt kommt genau der hallo wir stehen hier nur und reden mit dem gefangenen das ist ja kein problem die tür war schon offen da haben wir nichts mit zu tun naja haben wir nichts mit zu tun still live war hier mal kurz vorher die party abgeht hallo ok der will nicht der will nicht befreit werden wait wo ist die hin hä wo ist die denn hin beraterin florik scheint eine magierin zu sein kälte kegel und 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 Lass deine Kreatur einen Tanz aufführen, bei dem sie weder Aktionen ausführen noch sich... Warum ist denn Otto so ein unwiderstehlicher Tanz? Vorübergehend feindlich gesinnt. Ähm... So. Erstmal springen. Hier vor. Ey, sind du getanzt? Gemeinheit? Da haben wir mal Eisboden, wo die dann eventuell ausrutschen. Das wäre ja relativ smart, wahr? Ist ein Vorteil wegen Ottos unwiderstehlicher Tanz? Und ich könnte jetzt halt hier casten, wenn ich will. Stufe 1 zum Beispiel. Aber ich will das eigentlich gar nicht. Ich wundere, ob das die Kosten wert ist. Könnte auch tatsächlich, hätte ich... ...den Nebel casten können, ne? Von Dingerns. Ich könnte jetzt eine Person beherrschen machen. Ich könnte Bewegungsrate... ...das ist Dunkelheit, ne? Macht blind und erleiden. Oh, jetzt habe ich glaube ich Sorge gemacht, dass man hier nicht mehr richtig durchkommt. Das war nicht so smart. Sind wir ehrlich. Sind wir ehrlich. Das war nicht so smart. Das war nicht so smart. Ihr seid blind. Ihr seht gar nichts. Gemeinheit. Doppelgemeinheit. Ähm, ja dann muss ich den jetzt doch platt machen. Ach du Scheibenkleister. Ach du Doppelscheibenkleister. Wenn ich weglaufe... Wenn ich weglaufe... Ich glaube ich kann hier rüber laufen. Zeit zu gehen. Ach, da hättest du ja keinen Abseitsangriff mehr. Wenn sie springt... Wenn sie springt... Ne, er hat schon eine Reaktion gemacht, ne? Ich glaube ich kann nicht mehr weglaufe. Ich kann nicht mehr weglaufe. Wenn sie weglaufe. Gefängnisausbruch. Und hoffen wir es draußen nicht ordnungsfeindlich ist. Ähm... Spurten... Springen... Spurten... Spurten... Okay, wer kommt hier dran vorbei. Ich gehe jetzt auf. Ja, du haust ihn dann mal, würde ich mal sagen. Einfach. Die Massenheilung hat ihm 22 geheilt. Holy shit. 22 geheilt, ey. Ähm. Danke. Lalalalalala. Was? Du bist blind? Ottos und wir stehe hier, Tanz ist weg. Nein. Das ist jetzt doof. Da muss ich doch K.O. schlagen, die Leute. Die Fäustchen. Bewusstlos vorübergehend. Die Fäustchen. Dann müssten wir jetzt an dem hier vorbei. Ich glaube, darf der noch? Ne, der darf. Keine Reaktion. Wenn wir daran vorbei gehen. Die Fäustchen. Ich bin eigentlich relativ wurscht. Nicht ehrlich. Kann ich dich schubsen? Ich darf nicht mehr schubsen, ne? Ermahnung. Ahaha. Unterwürf Untote deinem Befehl. Du bist leider kein Untoter. Glaube ich stark. Halt auf mich. Ich bin nochwürde hier. Zeit, zu trotzdem zurückzuhalten. Oh, jetzt hab ich drei. Viel Spaß mit dem Hunger von Hadar! Jetzt hab ich drei von den Dingern. Ähm. Ich hab nicht gesprungen, aber ich so smart. Aua. Moment. Das ist sogar die Tante, die ich natürlich schützen soll. Ähm. Moment, das ist der Kälte Strahl. Ich mein den Kälte Kegel, den hätte ich gerne. Und weghüpfen. Der Healer ist schon ein bisschen nervig, ne? Die Sau da hinten. Der Healer ist schon ein bisschen nervig. Ja, fähig. Aua. Moment. Ich wurde nicht getroffen, aber die ist irgendwie durchgekommen durch sie. Langsam ist jetzt aber eklig. Dass wir alle langsam sind, vor allem irgendwie. Nur Carla. Huch. Schreien gehabt. Ähm. Affinierte Aktion Rückzug. Über sindscer. Hier ist eine Sichtweite. Spiegelbilder. Säurestrahl. Ich glaube, ich kann nur mit Nahkampfangriffen K.O. schlagen. Deswegen will ich eigentlich jetzt nicht einen von den Fäusten angreifen mit dem Fernkampf. Über den Elementar kann ich machen. Das wird gut fühlen. Bevor du langsam bist, kannst du nur noch eine von entweder Bonusaktionen oder... Verstricke Untote und Schattenkreaturen. Ach, damn it. Person beherrschen. Sympathie Astario minus 45. Warum ist denn Sympathie Astario minus 45, wenn ich dich beherrsche? Das ist ja spannend. Au. Aua. Kältestrahl. Hm. Sie ist weniger anfällig dafür, als ich gehofft hatte. Sind wir ehrlich. Du machst kein... Hm. Wir werden schon jammern Massen hier machen. Massenwunden heilen. Nicht den Feuerelementar. Bei Kalach, Astario und ihr habt fast kein Damage. Würde ich glaube ich lieber ein normales Wunden heilen machen. Das ist auf Stufe 3, Karsten oder sowas. Und höre nicht. Sie ist weniger anwesend. Bisher haben eine revolutionistische Waffe mentalstreifen. Was ist denn mit ihm мечteten motoren herumschlagen? bitte. Moment, was ist mit euch los? Befehl Katz buckeln. Ach so, Scheiße. Kann sich nicht bewegen. Das ist jetzt nicht das, was ich wollte. Das ist ein ganz schön ecklicher CC. Säure Fehlschlag. Nee. Ja, der hat nicht eine Reichweite um irgendwas zu tun. Au. Wieso ist denn der jetzt wieder... Das war nicht der Deal. Das war irgendwie nicht der Deal. Ich kann nur sich beide erwischen. Meh. Meh. Ja, ist halt so. Wir wollen aber hier weg. Mit dir. Ich bin mir nicht sicher, ob das die eleganteste Lösung ist. Ich tippe auf Nein. Kritischer Fehlschlag. Ach, am Arsch. schon wieder Befehl Katz buckeln, ey. Das ist ja... Das ist jetzt ein bisschen ekelhaft. Mh, 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 mh. Ähm. Hopp. Au. Au. Moment, der zweite war ein Fehlschlag, oder? Der erste aber nicht. An dem laufen sie zu Glück wenig vorbei. Sagen wir mal ehrlich. Ich will doch nur hier hinspringen. Weg ist unterbrochen. Zum Arsch. Was ist denn der Weg unterbrochen? Ja, Nahkampf kriege ich nicht mehr. Doch, kriege ich schon noch. Aber ist eigentlich notwendig. Kritisch auf Fehlschlag. Natürlich. Natürlich. Karak, ist Go-Time. Ähm. Athletisch fehlgeschlagen. Rip. Survival ist alles, was wichtig ist. D'Olof! Aber Platz, Junge. Au. Er hat aber echt viel Feuerschaden aktuell. Darf keine Rüstung tragen. Mh. Ich will den mal abcasten bei ihr. Sie will aber raus, oder? Ist da draußen auch noch was? Sonst muss ich neu laden, wenn das jetzt alle feindlich ist. Okay. Sie ist raus. Wir wollen eigentlich nur aus dem Gefängnis raus, demnach. Demnach wollen wir nur aus dem Gefängnis. Äh. Dich da unten können wir stehen lassen. Dich können wir stehen lassen. Wir sind jetzt dran. Da hittet's jetzt wieder. Aha. Spannend. Bam. Jetzt ist er vorbei. Gewurft, gelungen. Heilige Flamme. Ähm. Jetzt können wir vielleicht doch mal Massenwunden heilen machen. Einmal auf Dich. Einmal auf Ben. Einmal auf Kalach. Zieh jetzt unsere Reichweite. Marsch. Massenwunden heilen Kalach. Dich. Vistarion. Ja, why not? Kein Ziel. Take you. 19. Die macht... Das ist aber... Das ist ein fetter Wundheil. Das ist ein sehr fetter Wundheil. Können wir aufhören, Kalach festzunageln? Meine Fresse. Das ist ein bisschen anstrengend. Ich will doch nur mit dir raus. Die wird die ganze Zeit verlangsamen alles. Und wir wollen sporten. Wir wollen nicht aufhören. Wir wollen nicht aufhören. Lord Gortash is expecting you. Please make your way to... Okay, bin ich jetzt noch direkt mit dran? Bin noch direkt mit dran, ne? Der ist gestorben. Das war nicht so smart. Hätte ich vielleicht anderes lösen sollen. Oh mein Gott. Ist immer noch verlangsamt? Sie ist immer noch verlangsamt, ne? Deswegen glaube ich, das Springen ist immer noch die beste Variante, um hier... Nicht genug Bewegungsrate. Um hier weit voranzukommen. Aber sie kann halt genau einmal springen und dann war es das. Nichts wichtig ist immer einfach. Nein, 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 nein. Das ist die falsche Richtung. Ich wollte die Tür zumachen. Werfen mit Stein. Okay... Noch ein raus? Ich weiß nicht... Oh, dear. So. Ähm. Oh, ist rangekommen und so, ne? Sie hat immer noch... Moment, Nebelschritt. Sie kann zumindest mal bis dahin Nebelschritten. Und dann rausgehen. Damit soll das nicht mehr das Problem sein. Und ich komme, glaube ich, auch raus. Weil wenn ich sporte. Ja. Tschüss. Wir haben mal hier kurz ab. Wir müssen sie aus der Stadt exkortieren, ne? Wir müssen sie noch aus der Stadt exkortieren. Gebet der Heilung. Let's go. Du, 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 du. Ähm. Können wir hier einfach raus? Habt ihr ein Problem damit, wenn wir hier eine Gefangene von euch mitnehmen? Aha. Nice. Ich kann dir nicht genug bedanken. Für mich aus dieser verdammten Prisod. Und für mich die Courage geben. Wenn ich alles aber rausgekommen habe. Auch wenn du Mastarion gerade bespricht. Verglückte draußen werdet ihr da brauchen. Ihr habt euch wichtige Verbündete erwiesen. Das glaube ich. Nice. Viel Erfolg. Kein Wow. I promise. Okay, haben wir das. Haben wir noch Verbünde gekriegt. Dass wir jetzt eine, eine, eingekillt haben davon. Das tut mir ein bisschen leid. Aber. Ja. Lord Gorgeous is expecting you am Arsch. Aber wir könnten mal ne. So, noch mal. Wir könnten ne kleine Rasten machen. Damit wir auch meine. Meine Sachen wieder da sind. Meine Zauberplätze. Was gibt's hier oben noch? So, hallo. Ist einfach nichts. Okay, ist einfach nichts. Wir dürfen jetzt natürlich nicht mehr ins Gefängnis runtergehen. Das könnte sonst problematisch werden. Moment. Hier gibt's aber noch einen oberen Bereich. Faustbrocco. Faustbrocco. Hm. Festung Wurmfelds. im audienzgemach was ist hier noch? hallo wir sind komplett befugt seh ich jetzt nicht warum wir unbefugt sein sollten irgendwer hätte unbefugt äh, hallo warum knackst du grad? prima Idee die können sich gleich mit euch kümmern, wachen, aufstehen äh, übereinstimmt, gebt mir auch Dittrich diebischer kleiner Wurm, Überzeugung dazu dann kann ich ihnen sagen, dass ihr die Sachen stillen wolltet ich bin für kann ich ihnen sagen, dass ihr die Sachen stillen wolltet blop 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 könnte reichen reichen das geht in meinem Discord ab Moment nicht, nein, nein, nein Ich werde es zurückführen. Letztendlich... Ich... Ich brauchte das Gold. Ich komme von hier raus. Ich ziehe einen Ferry auf den Kost, um mich nach Hause zu holen. Diese blöde Krocken, die Dämonen scharren die Triple. Gefährlich Geld. Das ist ein Schuss. Nein! Ich meine... Ich bin nur... Ich verletze. Es ist nichts falsch, mit einem Job zu verletzen. Mein Kampf hat mich aufgestellt, um zu stehen und zu kämpfen. Und ich kann nicht... Ich will nicht! Ich bin nicht dafür gemacht! Reist euch zusammen, ihr seid ein Soldat, benehmt euch entsprechend. Für mich sieht das eigentlich ganz kampffähig aus. Ich bin nicht ein Soldat! Ich bin nur für die Uniform und ein warmes Bett. Sie sind besser ohne mich. Ich bin Angst. Alles ich will... ... ist, zu Hause zu gehen. Du solltest nicht hier sein. Diese Barracks ist private. Hähn... Hm. Die anderen Pennen, da Pennen aber viele... chor? Ist Tarion? Joll, der sitzts jetzt da? Schlaus knacken. Der Regier hat dich entgegen die Locke? Vielleicht möchtest du den Lock in deinem eigenen Zell probieren. Der Krieg hat einen Plan, um ihre Meistern zu resistieren. Es ist die Akte der eigenen Willen. Wir müssen nach vorne gehen. In Manchester. Du bist nicht ein Fisch! Geh raus! Oder ich werde die anderen! Ich bin kein Fisch! Ich... Wofür braucht ihr das Gold? Die verdammten Krocken, die du weißt? Meine Frau hat gesagt, wir müssen uns aufhören. Das ist besser. Wie lecker. Wie lecker. Wie lecker. Wie lecker. Wie lecker. Jetzt darf ich. Nice. 35. Bestehere Kameraden. Ja, Schande über euch. Wenn ihr auseinander nicht vertrauen könnt, sind wir machtlos gegen unsere Feinde. Stoffbär. Aha. Das ist ja auch geil. Die ist doch zu. Oder verstehe ich es gerade richtig. Öffnen verschlossen. Darf ich Schloss knacken? Unmöglich. 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 Die anderen kann man nicht knacken. Die anderen kann man nicht knacken. Quatsch, also. Ja, ich hab's ja verstanden. Dame Doreenbolds Leibwürfe? Kult army on the march. Killer on the loose. Und mistress Doreenbolds still drags me hither and thither. Fürst Janets. Aber Oberons Leibwache. Hier sind über jeden Menge Leibwachen. Du hörst? M'lady says absolute army on the march. There's Watchers. We'll hold the line. You best believe. Du bist ein Kellner. Alle anderen sind... Irgendwie wachen. Entschuldigung. Entschuldigung. Es ist die Küche. Das sind wahrscheinlich die Herzöge. Hallo. Nadali. Wie geht's dir so? Ähm. Dann halt nicht. Leibwache. Leibwache. Oh. Misora. Ähm. Hallo Misora. Was machst du denn hier? If it isn't Little Will's chums. I hope he hasn't been too much trouble. Heard about his father. The Dead Three's puppet. A travesty really. He's upstairs in Worm's Rock. Ordaining Gortash as Archduke. Hmm. A splendid Shindig, I hear. Perfect for crashing. Go on up. We'll talk after. And bring the pup along, if you can. I'd hate for him to miss the fun. Geburts, Generals und Dukes. Halbwache. Bedienst du da. Bedienst du da. Was passiert next ist da? Hm. Will ich Will mitnehmen, doch? Das sieht doch noch im Geheimgang aus. Überhaupt nach dem Geheimgang. Will ich Will mitnehmen, doch. Würde ich glaube ich Astarion rausschmeißen. auch ein bedienste da holztruhe wer das hier im lager steht okay versuch es halt mal mit will zum lager was geht denn bei dir ja da müssen wir austarion rausnehmen der hier hallo guter starion moment ich wollte aber seine sache noch einfärben und wir hatten noch färbemittel gekauft aber sonst geschenk nach typ sortieren kann man nicht auch nicht auch suchen man kann hier nicht drin nicht suchen macht mich fertig leute ihr macht mich fertig leute trachlin genannt in die färben mit einem ausgeschnitten mit farben von stoff dunkler flieder harlekin schwarz weiß schwarz das ab so wie wie nicht die 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 Don't touch me. Auf mein Weg. Das passt ja jetzt gar nicht mehr zusammen. Stapel teilen, wir wollen nur eins haben. Jetzt passt es wenigstens wieder ein bisschen zusammen. So, ähm... Das kann er mir nochmal geben. Die Ehe kann aber eigentlich auch alle mir geben. Erstmal. Aber wir müssen mal mit ihm reden, dass er nicht mehr mitkommt. So, jetzt habe ich Sachen von ihm bekommen und wir wollen... Oh, hallo. Wollen Sie wissen, mit ihm? Men, women, children, all barred from entry. Ja, nur waren wir das eigentlich gar nicht. Wir wollen ihn trotzdem jetzt mitnehmen. Das haben wir, glaube ich, schon die Unterhaltung... ...wie willow fronds... ...als sie flottet von einem Raum zum nächsten, als ob von Clouds verletzt. Die zweite Mal... ...Stell-Main war... ...different. ...und... ...sie saßen mit einem Schlaganfall. ...eine Schritte, die sie nahm, war eine Struggle. ...eine Worte, die sie sprach, nahm großartige Effekt. ...eine Struggle-Faktor? Ich fragte den Vater später. Nein, er sagte. ...eine Struggle-Faktor. Du fühlst Unzertunität in Will's Worte. Er fragt seine Erklärung des Vater. Hm. Falls ihr mir leiden müsst, aber der Tod überzeugt... ...ich meine, da steckt doch noch mehr hinter der Geschichte. Können wir selbst nämlich jetzt Bonus geben. Bam! Reicht aber. Was sie mir mehr will. Hm. Something's always nodded me. At the banquet. Stell-Main didn't seem to look at us. But through us. But that second time. Her gaze never left me. It was steel. Sharp and unyielding. It could just be my imagination. But I always felt there was more than a stroke that had changed her. What though? I couldn't say. Was ich auch von irgendwas besessen. Was für eine Tragödie. Was letztendlich v搜 den eigentlichen Teil... ja, bin ich klar. Okay, kommt meine Koppe. Muss ich glaube ich ihn nun nochmal upleveln, weil das habe ich letztens nicht gespeichert. Hat aus irgendwelchen Gründen, wo ich das alles noch nicht hergemacht habe. Jetzt kann es mal auf irgendeinem Gamefinding-Kraton vorab. Oh meinetwegen. Nebelschritt ist ein schwieriger Zauber für den Hexenmeister. Aber vielleicht doch. Attributs verbessern? Ich brauche auf jeden Fall Charisma. Ein bisschen bei mir genommen. Schauspieler. Täuschen und Auftreten, Würfen verdoppeln. Ich glaube das ist bei Täuschen gar nicht so gut. Geübt, Schildmeister, Scharfschütze, Wächter. Ich würde mich eigentlich auch nicht so viel Nahkampf angreifen, solange er noch ein Hexenmeister ist. Er wirkt für mich eigentlich, als müsste er irgendwann eine andere Klasse kriegen. Mittelmäßig gerüstet, leichtfüßig. Meister der Kampfkunst, Magio Novice. Glückspilz, leichtgerüstet, Elementaradapt. Konstitution, Wahrnehmung, 2 Waffen, Käferdefensiver, 2 Redland, Armbrusenwächter, Stürmer, Athlet. Dann nehmen wir eine Attributsverbesserung, glaube ich, bei ihm einfach und machen das 1 hoch und Geschicklichkeit 1 hoch, denke ich, weil er hat eine bessere Rüstungsklasse. Zauber. Feuerball. Zurückdrängender Strahl finde ich super nützlich. Zauber ersetzen. Verwünschen, rascher Rückzug, glaube ich, sodass wir ersetzen wollen. Halt. Halt. Ähm. Halt. Halt. glaube ich ersetzen, kriegen einfach hier noch einen neuen Zauber, Vampirgriff ist zum Beispiel ziemlich nützlich, Zauber, also Stufe 4 Feuerwand nehme ich mal mit, weil noch eine Weile hält, buchte Euren Geheimen, versumpfen lassen, verlangsamt kann man wirken, dass man dann halt einen Hexenmeister Zauberplatz wirken muss, ist bisschen doof, wenn du keine Rüstung trägst, nehme ich mal Rüstung der Schatten, wollen wir noch einen anderen ersetzen, die Arme von Hadar wahrscheinlich, für irgendwas Rangiges oder bisschen CC, hypnotische Muster vielleicht, wenn er die auch benutzen kann, ich merke meine Skillung als Hexenmeister super gerne, deswegen würde ich sie mehr oder weniger auf ihn übertragen, weil ich nicht weiß, ob das so smart ist, ich will einfach mal eine Attributsverbesserung noch geben, auf 20 Charisma, Zauber, Kältekegel, Monster festhalten, schauerliche Anrufe, Untergeben des Chaos, den habe ich letztes Mal schon genommen, der hat glaube ich einen anderen Bund, wodurch man minimal andere Sachen kriegt, unheilige Belastbarkeit, wir entscheiden an so einem Wendbegegenresistent, du kannst bei jeder kurzen Rast einen anderen Schaden auswählen, okay, muss ich vielleicht bei mir noch auswählen, oder? Kann das sein? Einfache Illusion, gasförmige Gestalt, Rulchwolke, Flammenschlag, let's go! So, das ist ein bisschen die Frage, was haben wir jetzt Sachen, die wir ihm geben wollen, Herr Strahl der Übelkeit zum Beispiel, können wir ihm geben, ähm, lenkendes Geschoss, waffenlose Angriffe, Kansensschärfe, Rettungshilfe stärker, Ersen zusammen klicken, heißt ich kann halt als Bonusaktion sputten, das ist schon ganz nett, Gestaltwandlung, Unsichtbarkeit verschwimmen, von Schatten verschleiert bist, wenn er gegen den Rettungswurf scheitert, Tieferkenntnis im Vorteil, wenn er bezaubert im Vorteil, kann ich blind werden, wenn er vor kurzem sagt, Inventage und nächstes Mal, mhm, das ist doch eigentlich was für sie, als sie in dem Nahkampf an Zauber gewirkt hast, sie heilt sich selber, wenn sie vergiftet, um 1w4, ja, kriegst du den, leichte Rüstung, kriegst du erstmal das, meine alte, Zauberrettungs-SG, wenn er bedroht wird, 4-14, ich sehe noch ein besseres, darfst du doppelt, keine Ahnung, du doppelt zweihändig darfst, darfst du anscheinend nicht, Reklusmacher, ist er damit geübt, der ist in Langbügel nicht geübt, na gut, ähm, Stapel teilen, einen davon hätte er auf jeden Fall gerne, wir sollten ihm tatsächlich entsprechend auch noch, ähm, davon zum Beispiel was geben, wenn er sich heilen kann, ähm, wir haben die Sphären, Konzentrationszauber, Kettenblitze, vielleicht kannst du das auch lieber benutzen, Äußerlichkeiten, Federvall, Hexenpfeil, Ascherrückzug, Stapel teilen, so, wir teilen mal ein bisschen auf, wir teilen mal ein bisschen auf, kannst du übrigens auch deine Waffe eigentlich in den Kiff tränken, zwei bis elf, sieben bis sechzehn, ganz schön viel, ein d10 würfelt das halt anstatt ein d8, plus vier, ganz dunkel bis zwölf Meter weit sehen, Waffezeugung, Mondstrahl, Mondstrahl, Mondstopp, Klassenaktion, Warnungswürfel, Warnungswürfel ein Vorteil, aber es gibt unfassbar viel Bonus, ähm, Rüstung haben wir, was ist das hier? Achso, Handschuhe, Handschuhe haben wir ihm jetzt noch nix gegeben, wenn er Angriffsrufen hat, war für einen arkanen Zustand, was, einen Zustand bewirkt, waffenloser Angriff, achso, ne, das haben wir schon, wir haben nur noch einen, nur einen Ring gegeben bisher, kann ich blind werden, lass mich immer gegen blind noch immun werden, das wäre, glaube ich, ein bisschen Ausrüstung, ein bisschen genug Ausrüstung, ähm, das sind zwei Hand, ne, das ist ein Großschwert vor allen Dingen, daher irrelevant, und du bist, du kannst ein, kannst ein, auch, du kannst ein Schild tragen, du kannst ein Schild tragen, du bist mit Schilden geübt, steht nicht, dass er ungeübt wäre damit, lieber ist ein Großschwert, krass, da bin ich ja gespannt, und, jetzt sieht er schon deutlich besser aus, speichern wir das mal, und verlassen das Lager, eben doch mit Misora, nochmal, jetzt wo wir Wild dabei haben, Puh, sehr gut, dann bin ich mal gespannt, was jetzt passiert, und wir nicht, warum laufen wir jetzt in der Mitte runter, Kins Leute, Baldurians, und der liebste Duke-Rapengard, danke, für mich auf diesen exzeptionellen Tag, es ist er, Gortash, das ist es, das ist es, ich kann praktisch, sein Blut von hier, ich glaube, wir sollten, mein Vater ist hier, Karlak, kohle eure Feuer, er muss nicht zu Hause kommen, ja, halt euch zurück, wenn wir Gortash hier angriffen, würden uns die Stahlwache mit einem Streich auslöschen, mich brauchen wir Gortash lebendig, um die Stadt zu retten, wir sollten erst zuschauen, wenn wir Gelegenheit hatten, ja, wir sollten vor allen Dingen aufpassen, das ist hier, ne, die Garde und so, ich glaube, hier würde ich mal aber inspirieren, weil, also es ist wirklich super wichtig gerade, und wir haben noch vier, komm schon, das reicht, danke Karlak, das können wir gerne machen, ein Moment, bitte, meine Freunde, und alle Angehörige kommen, um ihr Respekt zu bezahlen, bitte, Karlak, komm und sag ein properes Hallo. Mein Respekt? Du bist glücklich, dass ich nicht zu schrauben habe, meine Beine auf dir! Ah, wie habe ich Ihren komischen Terms der Phrase vermisst. Wir müssen aufpassen, nur kurz, als ich mit deinem kleinen Freund hatte, mit deinem kleinen Freund. Hey, so klein bin ich jetzt gar nicht, ja, also okay, vielleicht doch ein bisschen. Ich verstehe, dass die Gratulation sind in Ordnung. Thorms Defeat hat nicht ungemerkt. Du bist bekannt, für wer du bist, und für die Netherstone, die du gehst. Was war denn das? Wenn niemand in die Beine kommt, dann wird sich von der Autorität des Kronen frei. Ich hoffe, es wird beginnen, mit der Schmerzen der Phrase infektion. Du bist von ihnen. Eine Prism of yours wird definitiv endgültig 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 endgültig. Wenig Lust. Natürlich. Gordhash hat immer ein Augenblick für die Möglichkeit gehabt. Ich bin nicht daran interessiert, mit eurem Gleichen zu verhandeln. Warum versagt die Krone? Ihr seid ein toter Mann. Ich kann euch die Stadt nicht... Ich kann euch die Stadt nicht überlassen. Ich bin eigentlich nicht daran interessiert, mit eurem Gleichen zu verhandeln. Du bist für die Liebe. Du bist für die Liebe. Du bist für die Liebe. Du bist für mich. Ich habe keine Angst vor ihr. Ich habe keine Angst vorgesehen. Effiziente Körner. Ich weiß, dass ihr vorhandene Erkrankungen überlebt. Aber sie wird nicht verlassen. Oren ändert die Form schneller als du und ich veränderst. Du weißt. Sie hat dich vorhin geklappt. Sie hat mich auch. Ich bin gut protectiert. Aber sie ist extrem gut, was sie macht. Wenn Oren alle drei Niedersteine erhält, wird sie das Kost in Chaos und die Stadt in Blut bildet. Ich kann das nicht passieren lassen. Wofür werde ich denn hier gebombt? Ich will diese Stadt in Glorien führen, nicht auf der Erkrankung. Wie geht es dir? Lena. Ich mache keinen Fehler zu dir. Und du auch zu mir. Außerdem hast du nichts zu gefährden von meinem Stilwatch, während unser Pakt steht. Ich bin ein Täuscher. Ich bin ein Täuscher. Das ist halt kein Regieren. Was sagst du? Wir sollen alle sein? Ich kann keine Däste erkennen. Diese Allianz könnte uns gut helfen. Und wenn es nicht geht, wir müssen uns nicht aufhören. Hmm. Wir werden alle sein, sagt der Viper zu dem Frog. Gedanken waren, dann können wir uns nicht aufhören. Den Sie sich wohl nicht aufhören. Mit dem, Katharik, muss ich sagen. Ich bin mit der Ausbildung fertig, bin jetzt fest angestellt, der gleichen Firma und so weit eigentlich ganz gut, hatte nur letzte Woche schon wieder einen Unfall, was heißt, ein Unfall in Anführungszeichen? Und wolltest du nicht eigentlich wechseln? Ich dachte, du hattest irgendwie Probleme zwischendurch, bei der Hilfe in der Ausbildung mit dem Ausbildungsbetrieb, dass du irgendwie durchfandest, deswegen dachte ich, du wechselst dann, wenn du fertig bist. Aber es freut mich, dass du es geschafft hast und dass du jetzt damit eine Berufsausbildung hattest und sowas. Ich sag mal, das stand ja unter einem schwierigen Stern, als es um die Bewerbungen ging. Schön, dass das alles geklappt hat. Und so wie es klingt, scheinst du auch erstmal relativ zufrieden zu sein mit dem Beruf. Ich glaube schon, dass ich ihm trauen kann, bis darauf, dass er mir wahrscheinlich in den Rücken sticht und mich als Marionette einsetzt. Pfff. Motiv erkennen dürfte aber eigentlich nichts Problematisches machen. Ist halt nur schwer. Nee. Das sieht besser aus. Das sieht sehr viel besser aus. Holy moly. Gortash's Augen blinken in einem konsistenten Rhythm. Er steht schärflich, sicherlich. Ich will nicht mit ihm packtieren. Na, zur Hölle wird ein Pakt. Ich will nicht mit ihm packtieren. Na, zur Hölle wird ein Pakt. Das muss das Kind sein. Kind oder Katze. Ist ja, wenn das eine Warnung ist. Auch. Oren ist eine Spacke in einem Pakt. Wir machen eine Allianz oder die Stadt ist An lettuce. Ich gebe dir Zeit, zu sich auswählen. Es hätte völlig allein gestellt, Gotosch. Ich denke, ich glaube, das zu verhindern. Ich habe keine Lust. Boah. Jetzt hat er auch noch irgendeine Mega-Magie. Ich habe keine Lust. Nein. Auf Einspruch vorbereiten. Der Imperator geht nur auf den Sack. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Die Krieg des Absolutes hat begonnen. Das ist eine schlechte Option. Die Dinger haben 200 HP. Ich glaube, wir sind tot, bevor wir irgendwas tun können. Granaten fallen. Ein Escherer. Ja. Ich glaube, ich darf das nochmal laden. Ja gut. Der PKW hat auf jeden Fall einen Unfall gehabt. Ab dann. Hast du deine Reifen nicht vor Fahrtantritt ordentlich überprüft, dass die in gutem Zustand sind? oder was? Mein Vater ist hier, Karlak. Wir müssen Karlak überzeugen. Ich weiß jetzt die mögliche Weise, dass er bezaubert wurde. Sehr schön, das funktioniert. Ich bin vorbei. Mein Respekt! Du bist glücklich, ich habe... Ja, ja, der Streit. Die waren alle perfekt, da muss was auf der Autobahn gelegen haben, was ich nicht gesehen habe und bin die erste gewesen, die reingefahren ist. Manchmal hast du auch einfach einen Produktionsfehler im Reifen oder sowas, da kannst du gar nichts für. Ähm... Ich bin nicht daran interessiert zu werden, habe ich geantwortet. Ich habe keine Angst vor ihr. Ich soll euch abkommen, dass ihr die Stadt nicht schaden wollt. Ich soll euch abkommen, dass ihr die Stadt nicht schaden wollt. Und... Nice, haben wir jetzt auch einen Geakt hingekriegt. Okay, das spart uns bei Inspiration. Ist der Hölle mit eurem Pack. Vielleicht eine Demonstration, warum ihr... Ihr Camp ist... Wer... Ich kann nicht sagen. Ein Imposter? Lass das eine Warnung sein. Ich gebe euch... interessant... Ich eine Zeit auf euch allein gestellt. Nun, komm, dich anstellen, wir stecken. Okay, wir machen den Dann müssen wir halt die Klappe halten Hier können wir speichern Einspruch vorbeugen Du bist nur ein Arz. Enver Gortash, die Kanzel appointt Sie Arz. Arz. Duke von Baldur's Gate. Meine Freunde, die Steele Watch steht bereit. Lass die Klappe fallen auf jeden, die die unsere Stadt verletzen würden. Und Sie, die Gäste, finden Sie in meinem Office ab. wenn du zurück wirst. Du kommst nicht weg. Nett! Danke! Danke, danke, danke! Sehr nett von euch. Können wir jetzt noch mit dir reden? Das wäre schon mal irgendwie gut. Der wahrste der Seelen, in ihr Licht. Es ist eine steigende Verbindung. Du Parasite kommuniert mit seinem, und fängt kümmern. warum bei den göttern was haben sie aus dem großen helden der stadt nur gemacht neue zeit wenn sonst entweder eine tyrannei die absolut über baldest vorbringt ich sehe ich anders Also da hast du es. Lord Enver Gortash in all seiner Glorie. Was hast du von ihm gemacht? Er wirkt wie ein mieser Betrüger, in sehr hübschem Gewand offen gestanden, bin ich beeindruckt. Er hat sich mächtig, sich mächtigste Position Baldus Gate ergaunert. Bin ein bisschen beeindruckt. Er hat es nur durch Tadpole durch Duke Ravengard gewonnen. Gortash spielt nicht fair. Wenn er es so gemacht hätte, hätte er nicht auf den Toppen gewonnen. Es ist ja okay, wenn du es doof finde. Wenn die Leute Angst haben, tun sie alles, um sich sicher zu fühlen. Die meisten sind Narren. Passiert. Ja und bei Will, was geht bei dir? Du warst dabei, du schaffst ein Leben. Lass ihn absolut behalten. Das ist mein Pledge. Sei in Ordnung, wahrer Mensch. Die neue Dawn wird aufstehen. Ich bin hier um zu helfen. Floric schickt mich. Die ist keine Black Widow. Oh Mann. Oh Mann. Sie hat sich verabschiedet für ihre Lachen. Lass sie nicht zu dir kommen. Der Duke will Florex ein Geheimnis halten. Little weiß er, dass du sie gefunden hast und sie freiwillig hast. Okay, ich glaub... Wir speichern das nochmal. Wenn ich sie jetzt drauf anspreche, seit einem Elitidenparasit infizieren, wird es wahrscheinlich wieder eskalieren, oder? Ja. Für einen Brief Moment, Uncertainty clouds his mind. Dann dissipates. The astral prism vibrates in Concord. Was ist das? What nonsense is this? I... The prism quivers once more. Ravengard falters. Help me. Your tadpulch schloses. The prism stills. Ravengard's empty eyes meet yours. As I said, Baldur's Gate will ascend. To Rills first and only grand. Es muss ne Option geben, ihn zu retten. Deine Larve und Ravengard's Unsicherheit zu erforschen. Oh Gott, dann müsste ich meine Larve nutzen dafür. Oh Scheiße. Hier habe ich bis jetzt absichtlich nicht einmal benutzt. Also zumindest nicht, wenn es in der Option so dastand. Och, fuck. Ravengard's Zöger ignorieren. Okay. Okay. Er hat ein Help me gesagt, wir müssen eine andere Option finden, ihn zu helfen. Dearest Carlack. I'd busy myself finding Orin, if I were you. I'll still be here for any unfinished business, once you've secured your camp. Well that's it. That's all you have to say to me. Are you hoping for something else? A word of wisdom? A hug? Thanks to you. I don't hope for things anymore. I just take whatever it is I want. See you soon, motherfucker. You will see sense and you will return to me when you do. Bring Orange Netherstone with you. Okay. Was geht denn hier bei den anderen ab? Hier ist noch eine Faust. Hey all the Archduke. His safety is my duty. Ach. Ihr seid alle geblendete Idioten. Tun wir mal ehrlich. Ich kann nur mit meinem Herrn sprechen. Terrible sorry. Wichtiges Bürger. Ich glaube, dass ihr die Stadt besiegt habt. Die Stadt. Wir haben schon mal so ein Ding platt gemacht. In der Allemandschmiede damals. Oh, wir dürfen hier nach oben. Moment. Was? Wie geht's den Leiter nach oben? Hallo? Hm. Bringt ja richtig viel. Würde ich mal behaupten. Was geht bei euch hier ab? Fürst Raylan Laneth. Das sehe ich irgendwie anders, aber ihr seid alle kacke. Dank des lebenden Gottes. Gortash ist hier, um uns zu schützen. Der heißt schon Gortash. Was? Das ist doch eindeutig ein schlechter Name. Ihr seid alle... Ihr seid alle dumm. Da darf ich nicht rein. Was stehst du hier? Der absoluten Armee wird keine Chance haben. Gortash wird ihn wie Rauschen unter seinem Boot. Ich glaube, er wird eher die Tore öffnen und sie einfach reinlaufen lassen. Wenn ich ehrlich bin. Wäre so meine Vermutung. Er hat es gemacht. Er ist wirklich Arschduke. Ich bin so begeistert. Ich könnte direkt aus meiner Boot. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Mal sehen. Ich glaube, was die Leute sagen würden würden, wenn sie dann finden würden, dass der Monsterhunter ein Monster geworden ist. Schattenherze, die hat einfach, die hat keinen Chill, die labert die Leute immer an die Backe, so. Ähm, wo ist er denn jetzt? Da ist er. Mit dir wollte ich reden. Ein Impostor in unserem Camp. Wir müssen sie identifizieren. Und schnell. Ich vertraue dir zwar, aber ich möchte trotzdem, dass du erst kurz hier wartest. Ja. Und nehm wieder meinen guten Astarion mit. So, wir haben eine, äh, Formsveränderung. Du könntest darauf achten, dass jemand anders klingt, aber, äh, du weißt, die Lunatiker, die wir können. So, dann haben wir ihn wieder in der Gruppe. Wir haben einen Shapechanger. Müssen wir mal mit allen reden. Wenn das wahr ist, könnte es jemand sein. Du, ich, äh, äh, nicht ich, ich weiß, wer ich bin. Das würde der Impostor auch sagen. Ich würde Gortash's Worte für angeblich nehmen. Aber wenn er die Wahrheit spricht, müssen wir aufhören. Horen könnte Augen und Augen auf uns gerade jetzt haben. Ähm, weil ich einen Halbling spiele. Anna. Ich spiele einen Halbling und die wären halt nur so groß. Also ich bin erwachsen, so ist nicht. Ich bin kein Kind. Aber ich dachte, das wäre ganz witzig, einen Halbling-Hexenmeister zu spielen, der voll die magischen Mega-Sachen macht und dann aber voll klein ist. Und gleichzeitig Leute täuscht. Fand ich irgendwie witzig. Das ist so ein bisschen die, die Anlage. Und mit, achso, und mit hier Schattenherz, mit dem wir gerade sprechen, mit der habe ich eine Liebschaft angefangen. Im Haus der Trauer. Das haben wir, glaube ich, schon besprochen. Hallo, Gale. Wenn Gortash zu be believe, dann ist sogar unser Camp nicht sicher von Orens Influenz. Wir wollen vielleicht die Verzweiflung seiner Verzweiflung, oder zumindest... Die Verzweiflung. Wie ein Kuckuck, das in den Wald mitgeflichtet. Eine schlimme Gefahr. Wenn Gortash die Wahrheit gesprochen hat. Verrottete Körbe haben wir hier. Können wir mit dir, mit Lazarus drüber reden? Okay, können wir nicht viel drüber reden. Mit Will haben wir gesprochen. Was geht mit Diablessel? Alles Rotscha in Kambodscha? Das hört sich sinnvoller an, tatsächlich. Rafaels Angebot war ganz außergewöhnlich. Wir können nicht den Traitorprinzen schlafen, wenn wir ihn aus seiner astralen Präsenz schlafen. Das bedeutet, das zu tun, war in unserem Glauben. Und du hast ihn verpflichtet. Warum? Wir brauchen den Pakt nicht. Wir können den Hammer aus dem Haus der Hoffnung holen. Ich traue dem Teufel nicht über den Weg. Der oerfische Hammer ist wahrscheinlich wertlos. Wie es der erste Teufel wird, das frage ich mich auch. Es ist nicht zu spät, wenn ich das Ende. Ich traue dem Teufel nicht über den Weg. Ich traue dem Teufel nicht über den Weg. Ich traue dem Teufel nicht über den Teufel nicht über den Teufel nicht über den Teufel. Ich traue dem Teufel nicht über den Teufel nicht über den Teufel nicht über den Teufel. Miss you die Maße? Okay, aber mit dem kann ich nicht wirklich interagieren, darüber. Jahira wird es ja wohl hoffentlich nicht sein, die ist schon eine Weile dabei. Ein wahrer Freude, was du dir erzählst, der Archduke, genau wo seine Allianz zu stellen. Du warst nicht dabei? Man kann nicht einen Viper verletzen, nur durch ihn entangelt werden. Und wir lernen etwas. Einer hat die Dinge entschieden, die uns gegen die anderen senden, während sie sicher hinter ihren Gefahren sitzen. Gut. Ketherick dachte, er war auch sicher. Es würde irritiert werden, dass wir nicht. Herr Harper lernt, zu schätzen. Zu über jeden Schmerz, zu überprüfen, zu überprüfen, zu überprüfen. Endlich findest du, was es ist, was du Angst hast. Ob es da ist oder nicht. Und wir können nicht wissen, wir können nur信nen. Aber dann... Und das ist genau das, was ein Traitor in unserer Mitte sagen würde. Ist das nicht wahr? Und da waren viele Gestaltwandler und im Prinzip keine Hafner mehr. Die hatten alle sich schon ersetzt und wahrscheinlich die Hafner getötet. Deswegen ist hier... Werden wir jetzt mal sagen, was wir da gesehen haben. Was geschehen ist. Oren versteht sich auf die Jagd. Mit einem Schlag rückt sie die Hafner für uns in weite Ferne. Trennt uns von unserem Rudel. Wir sind isoliert, genau wie Oren es wollte. Was ist dieser Raschema, nach dem eure Hafner gesucht haben? Hey, shame of mine. Redoubled, weil ich dir nicht alles später erzähle. Sag mir. Es gibt keinen lebendigen Baldur, diesen Namen nicht kennt. Er ist in den alten Zeiten mit euch gereist. Minsk ist ein altes Freund. Vielleicht mein älter Freund. Wir haben uns gegenseitig gegessen. Wir haben uns gegenseitig gegessen. Und die letzte Zeit, als ich ihn sah, habe ich ihn zu sterben. What? Warum? Eine Geschichte ist bestimmt noch mehr dran. Es ist immer so. Aber das ist immer noch das Grunde. Das ist das Grunde. Before wir überhaupt gehört haben, dieses Absolutes, wir haben uns gesagt, wir haben uns gehört, eine Beobachtung in der Unterkirche. Was wir gefunden haben, war die erste, schweizende Worte dieses Plot. Ein Kürzeln von Kultisten, mit Mind Flayern in der Mitte. Wir haben uns das Ende gemacht. Wir haben uns das Ende gemacht. Wir haben uns gesucht, aber bevor ich mich für Hilfe, Minsk schweizt in allein. Es war Chaos. Er wurde überrascht und unter einer Masse von Tentaklen gedrückt. Ich hatte die Wahl. Bleibt und lasst die Worte von diesem Kult mit uns sterben, oder lasst ihn. Das ist ja unangenehm. Ähm, und ihr seid sicher, ihr habt die richtige Wahl getroffen. Zumirbt euch nicht. Tut mir leid, das war ein grausamer Entscheid, der treffen musstest. Wenn er Glück hat, haben sie ihn getötet. Wenn er Glück hat, haben sie ihn dort getötet. Wenn ich irgendeinem Freund war, hätte ich mich selbst verloren. Oder so habe ich gedacht, bis ich dich kennengelernt habe. Infection, Indoktrination, Eradikation. Das war das Tod von allen, die das Kult hat so weit getötet. Aber es war nicht dein. Mit deiner Hilfe? Vielleicht muss es auch nicht Minsts sein. Hm. Na gut, dann versuchen wir ihr halt mal zu helfen, ne? Dann suchen wir ihn. Würde ich sagen. Warum sage ich mir das jetzt? Ist das wirklich wichtiger, als die Außerwählten aufzuhalten? Wir wissen nicht, ob er überhaupt noch lebt. Warum sage ich mir das jetzt? Und wir haben alles geändert? Wir sind schon durch die Stadttore, oder? Wir sind schon durch die Stadttore. Okay. Ähm. Was aber uns auch nichts wirklich hilfreiches zu sagen, was den Gedanken, äh, den Dingens angeht. Gibt es wirklich eine Option, den zu finden? Das ist ein bisschen die Frage. In so einem Heuhaus, ne Fackel und ne Brennen daraus sollen ist auch geil. Isabel. Hm. Hm, 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 hm. Angeblich haben wir... ...einen Doppelgänger bei uns, aber wir wissen nicht, wer. Alle verhalten sich, soweit ich das Beurteilen kann, noch mal. Moment, nur, ich hab' nicht geredet. Ansonsten verhalten sich alle, soweit ich das Beurteilen kann, noch mal. Aber... Isabel und... ...und, ich hoffe. Ich... ...mourne, den Mann, den ich wusste. Er war... ...wonderful. Er hat mich gegründet, um Salune zu sein, als meine Mutter, ...dass sie ihr Seel, wollte. Er war alles für mich. All mein Leben. Wenn ein Emissarer von Salune kam zu unserer kleinen Stadt, ...wurten wir verletzt. Das war glücklich. Okay, das kenn ich schon, alles. Ich wollte gucken, ob irgendwas noch anderes passiert, aber ich vermute mal, ihr reagiert nicht darauf. Bei euch ist irgendwie nichts, was mir hilft. Gut, dann muss man halt das wieder verlassen, das Lager. Tja. Tja. Kehrt zu Misora zurück. Tja. 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 Gortas hatte Willse Vater... ...relokiertes. Ich bin nur ein impartialer Besonderer. Das ist Gortas' Spiel. Ein mördereses. Wie ich es höre. so gut als neutral wie du denkst nein ihr wisst doch etwas darüber ich weiß an wir sprechen mit Will in deinem Camp werdet etwas aus der Dukes Leben auf dem oh man Will war aber hier dabei ach ne Will war nicht dabei er hat den wieder ausgetauscht gut na supi Moment Starion das ist nur noch schwarz gestaltet nur ein schwarzes Ding so stellt Gortash müssten wir hier oben machen aber ich glaube Gortash jetzt hier umzubringen wäre schwierig würde ich jetzt nicht direkt angehen wollen ähm die Richtung war mir dabei noch nicht noch nicht gelaufen ich würde mir glaube ich erstmal den Rest der Stadt angucken wir könnten auch irgendwo Verbündete finden zu Unterstadt theoretisch noch Gebäude aber die dürfen wir glaube ich nicht rein ne ist nah dazu dann ab zur Unterstadt du betrittst eine andere Region und dich weiterwagen komm doch wieder zurück oder nicht geh ich von da aus also mich wundern wenn ich jetzt nicht zurückkomme wieder aus der Stadt raus wo ich doch einen Passierschein hab und ja auch noch Quests und sowas angepinnt sind an der Stelle jetzt muss ich gleich was süßes holen nom 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 ich habe noch schöne weiße Schokolade mit Mandeln drin das wird geil ja das gönne ich mir gleich ich könnte es mir auch jetzt gönnen aber ich habe Angst dass ich gleich eine Zwischensequenz verpasse weil wir jetzt in die Stadt gehen die jetzt direkt triggert wenn es fertig geladen hat ok es wird nur gespeichert in der Unterstadt ok dann kann ich mir was zu essen holen jetzt können wir mit ganz vielen Leuten reden Moment sind da Flüchtlinge in der Stadt ich dachte die Flüchtlinge werden ich in die Stadt gelassen ich bin irritiert ok hier geht es wieder raus ok was geht denn hier ab was heißt Lebensgrundlage dürfen ich nicht arbeiten oder was der Rübenbapps der Rübenbapps und die Spargelmähe und der Pflügerzack mein husband ist noch in der Outer City mit den wenigen Kälen wir noch haben wie werde ich ihm sagen wir müssen sie aufgeben hm hm mit denen dürfen wir nicht reden die waren schneller weg was geht denn hier eigentlich ab Faustklinge Ahrensen was stehst denn du hier rum das ist ein etwas besser Eis front und keep your nose clean Newcomer ein neuse und ein short drop is how we deal with trouble makers was vorsicht mit eurer Größe gebt ihr ein leichtes Ziel ab Du bist ein Arschloch. Halten wir fest, du bist ein doofer Idiot. Das geht bei euch ab. Oh, hier ist wieder irgendwie Zeitungsverkäufer. Woher kennt ihr mich? Wie ist es so eine überratete Frage? Es ist das Who und das Why, das matter, darling. Mein Name ist Esther Sturr, Journalist. Ich spreche mit den Menschen von Balders Gate, so dass unsere Reitern nicht mehr haben müssen. Okay, er arbeitet für Balders Ohr, nehme ich an. Du bist ziemlich korrekt. Die beste Brotscheater. Ich würde sicherlich empfehlen, die Leute, die in der Zukunft kommen. Du bist nachher all der Star der nächsten Balders Mouth Gazette. Der nächsten Ausgabe. Ich war auch noch nie in der Zeitung. Wo bekomme ich denn eine Ausgabe? Und die Überschrift wäre? Wenn ich dir gesagt habe, dann würde ich dir das Spaß verlieren, wenn es dir selbst zu lesen. Mhm. Es ist unsere juicieste Edition in einer Zeitung, die alle über dich sprechen, zu bekommen, um alle über dich zu sprechen. Ich würde mich nicht sagen, dass ich das nicht will. Hab ich dann wirklich mitzureden? Wir können nicht die Reitern entscheiden, was das Content ist. Wir haben Editors dafür. Jetzt. Wenn du mich entschuldigst, habe ich wirklich gesagt, eher zu viel und geschrieben, eher zu wenig. Guten Tag. Aber eine hübsche Klamotte hat sie. Stopp die Druckpressen. Hab ich jetzt einen Quest gekriegt. Will uns im Lager treffen. Möchte ein bisschen Vorschau unterbreiten, wie es Vater betrifft. Die Herben-Jonesisten ist dran gefangen, die uns sagt, wir würden nächste Ausgabe der Gazette Baldus Ohr eine prominente Rolle spielen. Wir sollten herausfinden, was es damit auf sich hat. Becker klingelt dreiviertel zwölf. Dann wünsche ich dir eine gute Nachtschicht vermute ich dann mal oder so was. Oder Frühschicht? Ne, Frühschicht ist das nicht. Wünsche eine gute Nachtschicht und bis bald. Also, ich hoffe, ich werde schon mal irgendwie die nächsten Wochen mal was anderes spielen, aber ich wollte es bald das geht irgendwie mal noch durchspielen. Ähm, ja. Danke fürs Reinschauen und fürs mal Bescheid sagen, wie es dir so geht und sowas. Viel Erfolg und gute Nacht oder so. Ich will keine Gazette kaufen. Reiß dich zusammen. Ist mir egal, stell dich gerade hin, sprich lauter. was kann man mit euch reden, ihr Habbrüder. we made such good toy, the army of the absolute are back certainly encourages a brisk pace. Okay. Hmm, 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 hmm. Was geht hier ab? Geht's dir gut? Geht's dir gut? Bewusstlosigkeit. Bewusstlosigkeit. Bewusstlosigkeit kannst du aber heilen, doch, oder? Bezaubert, verstanden, betäubt zu befreien. Hmm. Hmm. Ihr seid alle komplett gestört, wisst ihr das? Wenn alle diese Leute einfach nur seine Scheiße zusammen vielleicht niemand wird verhörter. Vielleicht. Ihr seid alle irgendwie machtgeil und prügel auf Leute ein. Habt ihr einen Arsch auf und ein Moment zu sprechen. Das ist sie natürlich nicht. Der Hut ist witzig. Ähm, hab ich dagegen was? An Zaubern vielleicht so? Dann muss ich nicht einen Zauberplatz von mir verschwenden. Falsches Leben, das ich wirklich mal verkaufen könnte, das Ding. Flug, Flimmern, Personenbezaubern, Ottos, und wie stehe ich hier tanzen? Aber hier ist eine Schriftrolle von. Kugel der Unverwundbarkeit, Klopfen. Sieht alles nicht danach aus, dass ich da was hätte, was sie jemanden totstellen, was jemanden davon weckt. Das heißt, du müsstest es machen, aber da sehe ich es nicht, weil sie... Und doch, wir könnten sie heilen. Sie sind geheilt, aber immer noch bewusstlos. Wer haben sie geheilt? Wer kommen denn hier hin? Ja. 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 Ja.